So, wie man wissen sollte, ist heute Nikolaus und da gab es für mich auch ein paar kleine Geschenke. Natürlich gab es Schokolade, ähm, hier, ist aber noch nicht alles. Ich habe nämlich noch ein paar kleine weitere Sachen bekommen, nämlich, ich meine, die CD Kleiner Brechtagsthommes, die erste CD, endlich. Ganz kaum erwarten Sie zu hören. Dann eine Kassette, die Weihnachtsfeier und vier weitere Abenteuer. Ups, mit den Geschichten, die Weihnachtsfeier, Chaos im Kohlestaub, Kühe, Bertis Jagd und nicht verschrotten, bitte. Das sieht man hier nicht so ganz optimal, aber, naja, passiert, wenn ihr es lesen wollt. Dann, auch ganz gut, ein Buch, wenn zwei sich streiten, basierend auf der Staffel 6 Folge Twin Trouble. Also, ich glaube, da geht erstmal Geschichten von Reverend W2Audrey. Das ist halt mit Doni und Biggie. Okay, und dann, wir haben hier noch ein Paket, hier, das ich jetzt öffnen werde. Es ist auch ziemlich überraschend, was da drin ist. Ich weiß es schon. Ihr werdet sehen. Kann man bestimmt optimaler öffnen, aber so funktioniert es und das ist das, was zählt. Ich sehe schon, da ist, das Paket ist mehrfach eingepackt. Komm schon. Die Spitze hier ist übrigens abgebrochen, als ich das Spencer-Gesicht abgenommen habe. Das, glaube ich, habe ich schon gezeigt. Kamera. Ja. Jetzt ist davon abgebrochen. So, da ist ein Zettel drin. Okay, nur so ein Bon. So. Ich habe schon gesehen. Ein Adventskalender. Endlich ist er da. Mit Thomas. Ja, ich hab zwar schon einen Adventskalender, ja, aber der hier hat sich da ein bisschen verspätet, aber egal. Können wir schon mal die ersten Türen öffnen. Der erste Sechs natürlich, Nummer Eins, Bild von Tommys. Den hatte ich auch letztes Jahr. Mal sehen, ob ich den finde. Tatsächlich, den hatte ich auch letztes Jahr. Wie schnell die Zeit vergeht. So, da befindet sich einfach nur Schokolade drin und da ist irgendein interessantes Muster. Hier ein Grintier. Und dann noch ein Bild von Tommys. Ich hab das nicht früh gegessen, ich leg hier erstmal hin, dann lässt ich sie. Nummer zwei, da oben. So, Spencer. Ich hab echt Probleme mit diesem, mit diesem Aluf, äh Aluminium hier. Komm. Hier ist dann ein Lebkuchen. Nummer drei. Na, direkt runter. Ach ja, hier bringt Stanley und hier. Make sure you help decorate the Christmas tree. Also, geh sicher, dass du den Weihnachtsbaum mit dekorierst. So. Let's singen a Christmas song together. Lasst uns zusammen ein Weihnachtsgied singen. Äh. Last Christmas. Ne, danke. Rat nicht. Sekunde. So, ich hab das alles schon mal geöffnet und so. Nummer drei. Let's sing a Christmas song together. Da, da haben wir, ach komm schon, immerhin ging's auch so gut. Das hat eine doofe Form, dieses Schokoladenstück. Und ich nehm schon ein bisschen länger auf. So, Victor und hier, äh, das Ding, ich, äh, kenne den deutschen Begriff grad nicht. So, das war drei, vier, war hier oben. Let's draw a Christmas picture. Da, das ist ein Weihnachtsbild malen. Von der Sterne. Und hier, so ne, ne Schneeflocke, oder? Ist das vom Tannenbaum irgendwie. Fünf, ja, hier unten. Einfach nur Harold, ohne Text. Und ein Bild von der guten Rosie. Und ne Kerze. Und Nummer sechs. Flynn. Manchmal geht's halt, manchmal nicht Steven. Und, ne, Schoko-Bär. Ja. Bin ganz zufrieden mit den Sachen hier. Ist jetzt ziemlich toll. Ja, außerdem, was ich hier noch ein bisschen gemacht hab. Da ein Ententeig, wird da hinkommen. Ich weiß gar nicht, hab ich das jetzt schon gezeigt? Ich weiß das gar nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit den Sachen. Und die werde ich schon noch essen. Hab ich den auch. Und das war's, ja. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.